Der Sommer ist vorüber und die traditionell eher ruhigere und von wenig Volatilität geprägte Zeit auf den Finanzmärkten und auch globalen Währungsmärkten, die heuer auch unter anderem Bitcoin stark geprägt hat, geht langsam zu Ende. Wir befinden uns seit 102 Tagen in einer starken Konstellationsphase und die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, ob wir ausbrechen und in welche Richtung wir ausbrechen. Und wie ihr sicherlich selber schon mitbekommen habt, gibt es im Kryptobereich entweder die permanenten Bullen oder die permanenten Bären. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist ein Chart-Pattern, das sich Descending Triangle nennt, auf Deutsch Absteigendes Dreieck. Und diese Chart-Formation oder dieses Chart-Muster ist momentan das Hauptargumentationspunkt der Bitcoin-Bären, warum wir bald tiefere Preise sehen sollten. Ich persönlich war noch nie ein großer Fan dieser Permabull oder Permabear-Fraktion und dementsprechend habe ich euch in diesem Video wieder meine eigenen Implikationen zu diesem Chart-Muster aufbereitet. Wir schauen uns konkret an, wie sich andere Märkte verhalten haben, die in einem ähnlichen Muster gechuldet haben. Und ich zeige euch auch wieder, warum Kontext im Sinne von Chart-Muster extrem wichtig ist. Und falls ihr nach diesem Video nochmal ein wenig genauer über das Thema Chart-Muster oder Chart-Formationen im Generellen mit mir oder mit meiner Community diskutieren wollt, dann kommt gerne in unserer Teillegung im Gruppe den Link dazu. Findet ihr in der Beschreibung, es ist eine komplett kostenfreie Gruppe und der Zweck dahinter ist, einfach eine deutsche Community zu haben, die sich täglich über die aktuellen Krypto-Themen austauscht, sei es jetzt Chart-bezogen, fundamental oder einfach irgendwelcher Gossip. Und wir starten jetzt hier direkt am Bitcoin-Chart. Ich versuche das Video heute so kompakt wie möglich zu gestalten, also wirklich auf die wichtigsten Punkte einzugehen, ohne euch zu lange voll zu schwafeln. Ich habe auch ein Tutorial geplant zum Thema Tensor-Charts. Ich habe das Video auch schon aufgenommen und so gut wie fertig. Ich werde es vielleicht diese Woche, aber eher nächste Woche releasen. Tensor-Charts ist eine Plattform, bei der ihr euch den Bitcoin-Orderflow visualisieren könnt und bei dem öfter die Nachfrage gekommen ist, ob ich eine Vorstellung machen kann. Das Ganze ist schon gemacht, ich werde es bald releasen. Und ich starte jetzt hier kurz am Whiteboard, nur um wieder alle auf den Sale-Müssen stand zu bringen. Das Chart-Muster, das ich euch in der Einführung gezeigt habe, heißt wie gesagt Descending Triangle und auf Deutsch gesagt heißt es einfach Absteigendes Dreieck. Und ich glaube, wie der Name schon gut vermuten lässt oder verraten lässt, ist es ein Dreieck, das von tieferwendeten Highs am Chart jetzt gekennzeichnet ist, während die Lows, die wir hier sehen, gleich bleiben. Das heißt, die Bewegung in diesem Triangle sieht im Regelfall so aus, dass wir eben zwischen diesem Muster uns hin und her bewegen, während laut Meinung vieler Bitcoin-Bären oder laut Meinung von Chart-Muster-Analysten wir danach den Ausbruch nach unten sehen. Warum man das Ganze aber nicht so einfach bewerten kann und warum es ein Trugschluss ist und ein großer Fehler, den viele machen, auf das gehen wir gleich noch ein. Hätten wir jetzt ein Triangle, das nicht diese gleichbleibenden Tiefs hat, sondern ansteigende Tiefs, das Ganze gibt es nämlich auch, Das Ganze würde dann so aussehen, dass wir hier höher werdende Lows am Chart haben und dass wir hier aber gleichzeitig tiefer werdende Highs am Chart haben. Das Ganze nennt sich dann nicht mehr Descending Triangle, sondern das wäre ein Symmetrical Triangle, das heißt ein symmetrisches Dreieck, wo einfach sowohl die Highs tiefer werden, aber als auch die Lows höher. Und zu guter Letzt, falls es euch noch interessiert und falls ihr euch in dem Thema Chart-Muster weiterbilden wollt, ich bin ja selber nicht so der größte Fan von Chart-Mustern generell, aber kenne dennoch die gängigsten, wenn man den Markt länger beobachtet, dann kennt man eigentlich die meisten. Das letzte Muster und was bei Bitcoin in der Vergangenheit ziemlich oft funktioniert hat, vor allem im Jahr 2017, 2016, 2018 auch noch, war das, vor allem auf niedrigeren Timeframes, das Ascending Triangle auf Englisch, auf Deutsch das aufsteigende Dreieck, das heißt, es ist genau das Gegenstück zu diesem Dreieck hier oben, gekennzeichnet von höher werdenden Lows, während wir dauerhaft gegen eine Resistance sozusagen heranklopfen und das endet meistens in einem Ausbruch nach oben. Und wenn wir wieder zum Bitcoin-Chart wechseln und diese immer tiefer werdenden Highs sehen, dann könnte man schon ausgehen, dass das ein bearisches Zeichen ist. Und das vor allem unter Anbetracht des letzten größeren Triangle, das wir am Bitcoin-Tageschart hatten, nämlich das Dreieck des 6000er-Floors, der dann schlussendlich nach unten gebrochen ist. Das erste, was euch auffallen sollte, ist die rote Linie im Hintergrund. Diese rote Linie ist die 200er-Tages-EMA, also der gleitende Durchschnitt des Preises über die letzten 200 Perioden berechnet, in dem Fall am Tageschart. Und wir hatten hier konkret den bearischen Fall. Wir waren in einem Bärenmarkt und die 200er-Tageslinie war über dem Marktpreis. Das heißt, wenn die Linie über dem Marktpreis ist, dann ist das bearisch und wir sind in der Tat in einem Bärenmarkt. Und so ein Chartmuster, so selten ich sie auch verwende, ist in der Tat auch bearisch zu bewerten. Und falls einigen von euch die Signifikanz dieser EMAs noch immer nicht bewusst ist, vor allem der Tages-EMAs und vor allem der 200er-EMA, wenn ihr absolut keine EMA am Chart habt, dann müsst ihr auf alle Fälle die 200er-Raufnehmen. Alle anderen sind mir noch eher egal, aber die 200er-Tageslinie ist wirklich relevant. Es gab sogar auch mal die Umfrage oder die Aussage von Headfront-Managern, dass die einzigen technischen Indikatoren, diese Beobachter, praktisch EMAs sind. Also auf EMAs schauen sogar die Leute, die nur fundamental an einem Markt interessiert sind und die zum Beispiel auch sagen, dass technische Analyse hokus pokus ist. Selbst diese Leute schauen auf EMAs und das zeigt auch die Relevanz dieser gleitenden Durchschnitte. Wir sind zum Beispiel jetzt hier konkret im Jahr 2016 und schaut einfach selber, wie stark die EMA diesen Markt diktiert hat und wie oft wir von dieser Linie in einem Bull-Markt gebraunst sind. Das hat konkret hier angefangen und das ist kein Zufall, dass wir von hier so stark wegspringen. Das heißt, dass Leute gezielt spekulieren, diesen Touch zu kaufen. Wir kommen hier wieder zurück. Wir haben hier nicht wirklich starken Support, aber wir haben direkt aufgefangen von der 200er EMA. Wir gehen hier weiter. Wir gehen hier auf den Tick zurück. Das ist kein Zufall. Der Markt wird hier nach unten gedrückt. Hier liegt eine Bastion von Kaufordern. Der Markt geht weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, bis wir dann komplett vertikal gehen. Hier nicht ganz zurück zu der 200er Linie. Hier war die Formel zu stark und der Markt ging direkt weiter nach oben, bis wir dann zurückkommen in den Bernmarkt. Wir durchbrechen das erste Mal die 200. EMA. Wir konsolidieren dann hier ein wenig herum, bis wir dann darunter sind, verkaufen von hier ab. Und hier dann zwar nicht mehr dieses genaue Muster, dass wir wirklich auf den Tick genau hochgehen, aber immer noch eine starke Korrelation auch hier mit der 200er EMA. Kommen wir so zurück in die Gegenwart und zu dem Preislevel, wo wir uns momentan aufhalten und warum ich hier auch glaube, dass wir bald eine sehr, sehr starke Volatilität sehen werden. Generell funktionieren Märkte eigentlich so, dass nach einer längeren Konstellation eigentlich gefolgt immer eine sehr, sehr große Expansion folgt. Das Ganze haben wir zum Beispiel hier gesehen im Jahr 2018, wo nach dieser sehr, sehr langen Konsolidation der Bruch nach unten gefolgt ist mit der Expansion. Das gleiche haben wir dann hier gesehen, wo wir akkumuliert haben vor dem nächsten Bullmarkt eine sehr, sehr lange Akkumulationsphase, eine Konsolidationsphase, die dann in dieser Expansionsphase aufgelöst wurde. Und auch diese Expansionsphase steht uns wahrscheinlich kurz bevor, beziehungsweise diese Konsolidationsphase wird sich nicht mehr allzu lang ziehen. Generell, wenn wir uns die globalen Finanzmärkte ansehen, es ist wieder Herbst, es kommt wieder mehr Volatilität rein. Es ist generell sehr viel Spannung in den Märkten. Wir haben sehr viel Volatilität durch den Trade War. Aber mittlerweile haben wir wieder ein kleines Risk-On-Sentiment, dass Aktien steigen und ich gehe einfach stark davon aus, dass Bitcoin deswegen auch wieder einiges in Volatilität sein wird und auch einen Bruch in die eine oder andere Richtung sehen wird. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich eigentlich ein wenig zwischen bearish und bullish bin und sehr switche. Das heißt, ich bin mittelfristig, eventuell sogar ein wenig bearish eingestellt und könnte mir vorstellen, dass wir mindestens nochmal auf 8.900 rennen. Aber was den Markt langfristig betrifft, bin ich sehr, sehr bullish für das nächste Jahr angestellt. Der Grund ist ziemlich simpel und ist einfach die Marktstruktur, die wir hier sehen. Wir haben hier einfach einen parabolischen Anstieg gesehen. Das heißt, es hat für mich nichts mit einer Bear Market Rally zu tun. Hätten wir eine Bear Market Rally gehabt, dann hätten wir mit Sicherheit hier abverkauft. Es gäbe keinen Grund, den Markt stark hier nach oben zu treiben und um ihn dann von hier nur wieder nach unten zu bewegen. Dafür bräuchte man viel zu viele finanzielle Mittel und das würde keinen Aufwand rechtfertigen. Das heißt, hinter dieser Rally haben meiner Meinung nach sehr, sehr große Player gesteckt, die den Preis hier nach oben getrieben haben. Das Retail-Sentiment war während der ganzen Rally noch ziemlich ruhig. Mich haben die wenigsten Leute im Real Life auf Bitcoin angesprochen, auch wenig Medienberichte. Das heißt, die Big Boys haben mir gekauft, die Big Boys haben akkumuliert und dementsprechend gehe ich auf ein vorzettendes Bullenmarktes aus. Ich glaube aber dennoch, dass wir eventuell zumindest noch einen Fake Out unter dieses Triangle sehen könnten. Jeder wartet auf einen Ausbruch hier nach unten. Dementsprechend, was würde die meisten Leute auf die falsche Fährte locken? Ein Ausbruch hier nach unten mit einem Buy-Back hier nach oben. Und was haben wir hier? Wir haben hier die 200er Tageslinie. Wir haben diese Linie jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr touchiert, wenn ihr das Ganze genau wissen wollt. Das letzte Mal war es im April. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir hier zurückkommen, wir eventuell dieselbe Reaktion sehen, wie bei den vorherigen Bullenmarktkorrekturen am Chart, die dann sofort wieder aufgekauft wurden. Wenn Sie es hier jetzt ansehen, wäre das hier beim Bitcoin mein Hauptszenario. Das heißt, ein Ausbruch nach unten wäre für mich nicht unwahrscheinlich. Was für mich aber unwahrscheinlich wäre, ist, dass das ein starker Ausbruch nach unten sein wird. Das heißt, dass das hier das Top dieses Marktes wäre und dass wir dann komplett nach unten gehen. Das wäre für mich sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn das passieren sollte, dann würde ich sehr am falschen Fuß erwischt werden, da ich auf dieses Szenario momentan gar nicht vorbereitet bin. Ich bin ziemlich bullish, was den Markt für nächstes Jahr betrifft. Wenn wir uns das Ganze auch hier ansehen, das Ganze sieht eher sogar nach Akkumulation aus bei diesem Point of Control. Wir haben hier noch eine starke Volumen Area, die wir abarbeiten können. Und das wäre es eigentlich gerne noch einmal von der aktuellen und auch mittelfristig bis langfristigen Warte hier am Bitcoin-Chart. Sehen wir uns also wie angekündigt noch ein anderes Beispiel an. Wir sind hier am Gold-Chart und wir haben heuer im Mai 2019 schon ein ziemlich ähnliches Chartmuster auf dem Gold-Chart gesehen, wie wir es momentan am Bitcoin-Chart sehen. Wir hatten auch bei Gold die Expansion nach oben, die nach dieser Akkumulation gestartet ist. Das heißt, dieser Run nach oben ist ungefähr gleichzusetzen wie mit dem Bitcoin-Run auf 13k. Natürlich kann man das nicht direkt vergleichen, diese zwei Erstklassen, aber von der Startstruktur sieht es ziemlich ähnlich aus. Wir haben dann auch hier immer tiefer an der Highs geformt. Das heißt, die Bären spekulieren schon auf dieses klassische Descending-Triangle-Muster. Wir sind noch dazu hier an der 200er-Tageslinie. Das heißt, Gold war hier ein wenig höher wie Bitcoin. Bei Bitcoin wäre die 200er-Tageslinie jetzt ja als Äquivalent sozusagen in diesem Bereich irgendwo. Aber ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Wir waren hier unter der 200er-Tageslinie. Haben die dann durchbrochen und sind dann zu dieser Art zurückgekommen. Das heißt, es ist ein bullisches Signal. Und wie bullisch das war, seht ihr jetzt, wenn ich auf Play drücke. Und viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ähnliches Muster, ja. Ähnliches Muster. Theoretisch ein Descending-Triangle. Aber die Regeln dieses Chart-Muster funktionieren in diesem Fall nicht, da wir eben von unten in dieses Muster kommen. Ja. Das ist einer der grundlegenden, ja, Erfolgsfaktoren hinter diesem Muster. Ich habe euch ja vorhin gesagt, was die meisten bei diesem Muster falsch machen. Dieses Muster funktioniert eventuell sehr gut, auch wenn ich es nicht verwende, wenn wir einen Bärenmarkt haben. Das heißt, wenn ihr dieses Muster in einem Markt seht, der sich irgendwie so bewegt, so nach unten in dieses Triangle reinkommt und dann von oben nach unten in dieses Triangle kommt, dann würde ich auf dieses Szenario spekulieren. Wenn ihr aber den Kontext komplett anders habt in einem Markt und wieder so ein Dreieck habt, aber technisch gesehen bullisch seid, ja, ihr seid in einem Uptrend, ihr seid über der 200er-Tageslinie, und dann kommt ihr so rein in diesen Pattern und konstruiert irgendwie so, ja, dann könnt ihr das nicht gleich bewerten wie hier, ja. Das machen aber die meisten. Die meisten bewerten diesen Pattern gleich wie diesen Pattern, was man aber nicht machen darf und was man auch nicht machen soll. Und dementsprechend bin ich hier ziemlich, ziemlich optimistisch, dass wir hier nicht ein totales Meltdown-Szenario am Bitcoin-Chart sehen werden. Die Leute haben auf dieser Einstellung, dass die Sachen, was in der Vergangenheit passiert sind, irgendwie eins, zwei, eins, was gegeben von der Zukunft sehen. Aber was haben wir denn hier, ja? Wir haben hier einen Bärenmarkt, wir sind unter der 200er-Tageslinie, wir bleiben unter der 200er-Tageslinie, der Markt will hier einmal durchbrechen und bricht dann nach unten aus. Was haben wir hier? Wir kommen hier von unten rein, also von der unteren Seite und nicht von oben nach unten, wir konsolidieren hier und wir sind über der 200er-Tageslinie. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Chart-Muster. Der entscheidende Unterschied ist der Kontext und nicht nur das Muster. Und das machen wirklich sehr, sehr viele falsch und führt auch dazu, dass sehr viele eben dauerhafte Verluste im Trading haben. Das ist das Gleiche mit Falling Wedges. Bei Altcoins werden seit Monaten oder teilweise seit einem Jahr schon bei jeder Gelegenheit Falling Wedges gezeichnet. Das Falling Wedge ist ein Pattern, der wie so ein Fall einer Keil eigentlich geht, so ein Fall eines Dreieck, wo die Leute dann sagen, ja, das ist ein Textbuch-Pattern. Das steht so im Textbuch drinnen. Wenn dieses Chart-Muster kommt, dann muss das passieren und genau das passiert nicht, weil der Kontext einfach extrem bearish ist. Und man kann jetzt von dieser Warte eigentlich fast schon sagen, dass es nicht auf das Muster überhaupt ankommt, sondern nur auf den übergeordneten Kontext. Und dem spreche ich eigentlich auch ziemlich viel Wahrheit bei. Meiner Meinung nach kommt es auf die übergeordnete Marktstruktur an, das Sentiment. Da haben wir ein bullisches Sentiment, ein bearisches Sentiment und ich zeichne dann eigentlich nicht mal wirklich Pattern. Was ich zeichne, sind horizontale Linien, wie ihr zum Beispiel hier seht. Ich sage, okay, wir haben hier eine Range, wir sind jetzt ungefähr am Boden dieser Range. Das heißt, wir haben hier ein High, über diesem High würde Liquidität liegen. Wir könnten durchaus über dieses High pieksen, bevor wir den nächsten Trend nach unten sehen. Wir haben auch hier Liquidität über diesem High und wir haben hier unter diesem Low starke Liquidität. Und das ist der Grund, warum ich eventuell sogar darauf spekuliere, dass wir diese IME treffen und von dort dann wieder ansteigen. Das ist eigentlich so ein kleiner Einblick in meinen Kopf, wie ich Chart sehe und wie ich das Ganze ohne Pattern sehe. Ihr könnt euch jetzt selber davon überzeugen, wie der Chart ohne diese absteigende Linie aussieht. Sieht schon ganz anders aus. Man bewertet das Ganze ganz anders, viel rationaler. So, das waren wieder mal meine Two Cents zu diesem Thema, zu diesem Video heute. Wollte das Ganze ansprechen, scheint mir sehr wichtig gewesen zu sein. Wie gesagt, ich habe ein Tensor Charts Tutorial für euch vorbereitet, das ich noch releasen werde. Die Frage ist, ob ich es die Woche mache oder nächste Woche. Ich glaube eher am nächsten Montag. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche noch ein Video hochladen werde. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, wenn ihr was gelernt habt, schreibt mir gerne einen Kommentar für den YouTube-Aberrhythmus. Lasst mir gerne einen Like da. Freut mich wirklich immer extrem, wenn ich die Like-Ratius sehe. Das motiviert mich auch, mehr Videos zu drehen. Kommt in unserer Telegram-Gruppe und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris.